Durch die lange Erfahrung in diesem Bereich kennt man bei Pflitsch die Anforderungen sowie die internationalen Normen und begegnet diesen mit Typenvielfalt. Aber so traditionell dieser Anwendungsbereich für den Technologieführer Pflitsch auch ist. Einsatz- und Umgebungsbedingungen sind immer individuell und wandeln sich ständig. Daher gilt, ganz gleich welche Herausforderungen die Elektroindustrie in Zukunft stellt. Pflitsch passt sich der Umgebung an.